Hallo, ich bin Andreas, Friseurmeister und der Kreative Kopf von GreenMonkey. Wir haben heute ein Modell mit feinen Haaren und ich möchte Volumen, Griffigkeit und Textur erarbeiten. Dafür benötige ich das Textur Spray von GreenMonkey, was aus reinem und natürlichem Meerwasser besteht, ohne Zusätze von Industrie-Salzen. Wir werden das Haar jetzt schamponieren. Ich werde euch zeigen, wie ich das Spray anwende und dann werdet ihr sehen. So, das Haar ist schamponiert, es ist handtuchtrocken und durchgebürstet. Ich möchte euch nun zeigen, wie ich das Textur Spray selber anwende in einer mittellangen Haarlänge. Ich brauche einen gewissen Abstand zum Haar und ich möchte es nicht punktuell in das Haar bringen, sondern ich möchte es lackieren. Ich möchte das Haar von vorne herein verteilen. Wenn ich das gemacht habe, in dieser Haarlänge würde ich sagen, sechs bis acht Punktstöße reichen vollkommen aus. Werde ich das Haar jetzt über die Rundbürste föhnen und ihr werdet gleich sehen, was passiert ist. So, ich habe die Haare geföhnt, über die Rundbürste geföhnt und seht her, wir haben einen schwerelosen, glänzenden Look, natürlichen Look. Durch das reine Meerwasser bekommen wir Stärke und Griffigkeit in das Haar. Durch unser Weizenprotein bekommen wir Glanz und eine glättende Struktur. Und Lavendelöl pflegt Kopfhaut und Haare. Schaut an, ist das nicht ein natürlicher Look? Untertitelung des ZDF, 2020